Wir sind 1971 in die Wohngemeinschaft gezogen in Weidenhausen, das heißt, wir waren am Anfang eine kleine WG mit drei und nach einem Jahr waren wir halt zu sechst und haben uns sozusagen in Weidenhausen eingelebt. Es gab damals noch viele Geschäfte, weil wir waren halt sehr interessiert, auch am lokalen und so kam es eigentlich zum Weidenhäuser Rundschlag. Weidenhäuser Rundschlag war ein Anfang, man sieht, am Anfang ist es noch ein bisschen beschaulich, es wird politischer. Wir haben drei Hefte rausgegeben, 1976 bis 1977. Die Oberhessische Presse, die OP, war damals nicht nur konservativ, sondern einfach reaktionär und wir wollten so eine Art Gegenöffentlichkeit entstehen lassen. Und es gab dann ein paar, die halt beim Weidenhäuser Rundschlag mitgemacht haben, die dann in die Marburger Zeitung gegangen sind. Da hatten wir dann auch Redaktionsräume und später ist dann also aus den Paaren auch der Express entstanden. Damals war es wirklich auch eine Zeit, wir haben dann gesagt, okay, wir wollen was machen oder wir wollen das und das. Gibt es das, gibt es nicht? Dann machen wir das eben. Oder wir wollten immer was haben, wo man sich trifft, wo man, also das große Thema war ja nicht vereinzelt sein, sondern in Gruppen leben, sich austauschen, in Kommunikation stehen, viel diskutieren, aber auch viel gemeinsam machen. Wir haben Kindergruppen gegründet, das gab es ja damals noch nicht so. Letztendlich, wir haben das Kfz gegründet, ja, das gehörte auch dazu. Naja, und Marburg ist eine Stadt, wo das weitergeht, deswegen ist eine sehr kommunikative Stadt, da laufen die Sachen auch dann ganz gut. Das ist meine Heimat geworden und das hat ganz sicher auch mit dem Weidenhäuser Rundschlag und der Wohngemeinschaft zu tun.